Freunde der Sonne, Lukas hier. Die Feiertage stehen vor der Tür und wir haben uns für euch etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ab dem 22.12. bis zum 29.12. veranstalten wir für euch das Wargame Weihnachtsturnier. Insgesamt 8 Spieler werden sich über 3 Runden hinweg in 7 Games gegenüberstehen, um den wahren Wargame Weihnachtschampion zu ermitteln. Das Beste daran, du kannst einer dieser 8 sein. Denn unter allen Leuten, die heute am 20.12. bis um Mitternacht ja ich will unter dieses Video kommentieren, verlosen wir eine Wildcard für einen dieser 8 Plätze. Schnell sein lohnt sich also. Der Clou der ganzen Geschichte, wir haben uns natürlich ein eigenes Spielformat dafür überlegt. Das werden also keine normalen Wargame-Spiele, sondern jede Runde wird einen eigenen kleinen Kniff haben. Teilnehmen lohnt sich. Eventuell sehen wir uns ganz bald. Zeit. Ich wünsche dir und euch frohe Feiertage. Ciao. Cool. Ich will bis heute wieder dauern. B меньше. Du kannst aufhör. Unsere Zeitler hat. Baden brauchen wir schnell auf兒 själv? Der